Guten Morgen, Rita. Rose ist am Telefon. Komme ich so ungefähr viertel, zwanzig ab acht. Ist das in Ordnung so? Dann kannst du ausschlafen, jawohl. Danke dir, Rui. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass... Drum sind überall Berge. Ich habe keinen Freiraum. Ich habe keine Luft, habe ich gefühlt. Jetzt kann ich nicht vom Wallis weg. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben als im Wallis. Ich bin mit Geist und Seele kranker Schwester. Blutentnahme und Infusionen stecken. Das ist eigentlich mein Beruf. Gut, dann ist wir heute fertig. Bis fertig. Wieder am Montag. Jawohl. Ist gut. Auf Wiedersehen. Danke schön. Ja, bitte schön. Wir sind wie Pöstler oder vom Haus bis Haus oder vom Ort bis Ort. Du bist jeden Moment, auch in der Nacht, bist du erreichbarer. Ich fühle mich so wie eine Schweizerin, obwohl bin ich Ausländerin. Also, ich sehe keinen Unterschied. Also, ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Vielen Dank.